Ich darf Sie nicht reinlassen. Zutritt zum Labor nur mit Legion Zugangspass. Mist, der muss noch auf dem Schreibtisch liegen. Bin gleich wieder da. Zugriff gewählt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Erweichen uns weitere Einzelheiten über ein gewagtes Manöver des Freier-Tankers. Das hab ich gesehen! Richtig! Das hab ich gehört! Kommen Sie raus! Scheiße! Das gefällt mir nicht. Was? Das hab ich gehört. Kommen Sie raus! Kommen Sie raus! Die Aktien von M-Pro waren im Tagesverlauf eingebrochen, nachdem Gerüchte aufgetaucht waren, dass sie in Orly McTavish die Gelder unterschlagen. McTavish wies die Vorwürfe zurück, konnte aber nicht erklären, wie Erträge... Wenn Millionenhöhe auf das Privatkonto gelangt haben... Mach mich aus! Beschreib sie! Gezellte Sau, Junge... Das hab ich gesehen! Gezellte Sau, Junge... Das hab ich gehört! Kommen Sie raus! Wo zur Hölle ist er? Ich bringe Sie hoch! Gezellte Sau, Junge... Gezellte Sau, Junge... Boah! Scheiße! Gezellte Sau, Junge... Das hab ich gehört! Gezellte Sau, Junge... 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 Das war's für heute. Zugriff gewährt. Zugriff gewährt. Zugriff gewährt. Ich lade jetzt von Brogans Beweis runter. Kann Seraph mithören? Laut und deutlich, Adam. Kann losgehen. Ich hab gehört, ihr Team wurde in Detroit mobilisiert. Warum erfahre ich das erst jetzt? Weil es ein rein taktischer Einsatz war. Reed und ihr Team tragen subtermale GPL-Implantate. Man kann sie orten. Ihre Entführung war ein Fehler. Das hat Montreal schon geregelt. Verzeihen Sie mir, wenn ich nicht ganz so viel Vertrauen in unsere Freundin Eliza habe wie sie. Sie ist so sprunghaft. Ihre Bedenken sind notiert. Allerdings rate ich Ihnen, sich um Ihre eigenen Operationen zu kümmern, anstatt sich in meine einzumischen. Na mir, out! Boss, haben Sie das mitgekriegt? Ich hab's gehört, aber ich... Megan und die anderen. Sie leben. Wir müssen bei der Sache bleiben. Sao hat eine Wohnung oben auf dem Gebäude. Außer ihr und ihren Wachen darf niemand dorthin. Gehen Sie rauf und finden Sie heraus, was sie weiß. Der Bart ist nicht so weit. Ich hab's gehört... Er ist nicht so weit.